Moin Leute, kommt mal rein, ich bin's Julian, wir drehen auf YouTube Videos zu Technik und das ist unsere Halle, wo wir alles für euch aufnehmen. Das Ganze soll so ein bisschen wohnlich gestaltet sein, das heißt wir haben verschiedene Bereiche, Bürobereich, Wohnzimmerbereich, Küchenbereich, einen Billardtisch haben wir uns auch gegönnt, weil einfach noch Platz übrig war, aber was ich euch zeige, ist hier oben, denn da wird es ein bisschen wild, hier können wir verschiedenste Setups aufbauen, ihr seht das einmal hier auf der Seite, wir haben gerade ein Podcast Setup aufgebaut mit verschiedenen Kameraperspektiven und vor unserer Leinwand schlummert eine neue Kamera, die kommt am Mittwoch um 16 Uhr raus, es gibt dann Livestream auf Fotokoch und da werden wir über die Kamera quatschen und einfach mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat.